Na, komm. Nicht so schwächlich, Garrett. Katakomben-Passagen. Genau wie in der Heilanstalt. Die Urkraft hat sie verändert. Aaron hat sie verändert. Ich muss Orion schnellstens aufhalten. So, ihr wart ja, glaube ich, mit Feuer zu erledigen, ne? Hm. Könnt natürlich auch runter. Das sieht doch auch wieder ganz interessant aus. So, wo mag das denn hinführen? Hi. Ein Ring? Ansonsten aber erstmal nix. Da wird's halt noch rüber gehen. Hm. Wo wollen wir denn die Seilpfeile? Sieben war das? Ne, acht war's. Okay. Garage. Das war so nicht geplant, mein Lieber. Dabei hab ich das noch nicht mal die Sprint-Taste gedrückt gehabt. Sprink's trotzdem nicht, wenn ich die Taste benutze. Naja, er kriegt's nicht gebacken, da zurückzuspringen. Warum denn nicht? Ihnen hat das doch auch funktioniert. Hm. Haben wir ne Alternative? Nicht so wirklich. Aber hier sind, ja, hier ist wahrscheinlich auch wieder irgendwas Verstecktes. Wahrscheinlich muss ich hier sprinten. Ja, okay. Okay. So, dann bin ich mal gespannt. Oha. Au. Natürlich ist auch hier wieder ne Falle dran. Guter Fund. Super. Damit hätten wir die dann auch vollständig. Dieser Armreif gehört Lady Rochelle, deren Gasse das erste bekannte Opfer der großen Zeuche war. Na ja gut, ich mein, die haben ja auch gesagt, dass sie die ganzen Lager gesichert und vermint haben, in Anführungsstrichen. Man sollte sich auch mal ein bisschen um die Dinger hier kümmern. Und sich auch ein wenig Sorgen um die, oder, äh, die, die, die Notizen ernst nehmen, die hier so abhängen. Hi. Na, wie geht's dir denn so? Du gehst denn hier hoch? Bleib doch da mal weg. Laut. Aha. Kannst dich jetzt aufregen, wie du willst. Ich bin entkommen. Sehr gut. Okay, da geht's hoch. Wir können aber auch hier mal noch gucken. Oh. Dann, bitte einmal hier durch. So, was hat das jetzt gebracht? Wahrscheinlich da hinten irgendwas, was wir weiterkommen. Sollte aber passen, denke ich. Oder eben, das ist halt einfach jetzt ganz ausgestellt. Vielleicht müssen wir irgendwann mal schon wieder schnell zurück. Das könnte halt sein. Loot. Dankeschön. Naja, siehst du, wir sollen uns wieder nach oben begeben. Dann tun wir das doch. Wenn auch mehr oder weniger mühsam. Zu einem Aufzug halt auch deutlich angenehmer. Hallo, ihr beiden. Na, wie geht's euch? Na ja, geht ja mal schön. Kurz, oder wollte eigentlich rüber und dann gucken, ob ich da ein bisschen Taschenstiebstahl machen kann, aber... Tu, mein Tori und Segenpräche, ich kann. Ich habe in Greystone ein dieser Wachfahstar-Darfe erledigt, aber diese Dinger... Wo denkst du, kam sie her? Aus der Blöden, doch aus der Blöden. Meinen Brunschäden, nach sind sie meinen Albträumen entsprungen und aus meinem Kopf gekocht. Hm. Ja, Marmorstein und Eisen bricht. Ist mehr alle. Du bist alleine da oben, ne? Dann würde ich dich doch gerne mal erledigen. Dein Kopf jetzt auch, wie mir scheint. So, 3,50 Mark, die er noch dabei hat. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Da geht es sogar weiter. Sehr schön. Hier hätte ich fast noch was an Lutfer übersehen. Wo ist denn dein Kumpel abgeblieben? Ja. Klatsch. So. Das ist gar nicht verkehrt. So. Frischen wir den Fokus auch nochmal auf. Das dürfte dann hier alles gewesen sein. Gut, dann wird hier oben mal eine Runde gequetscht. Einmal durch, bitte. Danke. Noch ein Lagerraum. Moment. Jetzt habe ich mal draus gelernt. Jetzt ist hier natürlich nichts. Und sonst ist glaube ich auch erstmal nichts mitzunehmen. Nö. Na dann. Was möchte ich denn hinter dieser Tür verbergen? Eine Kerze. So weiß ich mehrere. Die können direkt mal weg. Warum nur? So, wie viele sind denn hier? Einige. In dieser Rotunde verabreicht Orion sein Heilmittel. Aaron ist hier, das spüre ich. Was ist das? Toll, dass beide gerade genau das gleiche Sample wieder hier durchbauen. Und doch hatten sie Angst. Sie wussten uns hält nicht auf. So. Prägt mir das irgendwas oder das ist auch nur eine Art Umweg oder sowas? Na du? Geh nachsehen. Hm. Komm, es nur auf einmal her. So, wie wir es mit ein paar Wasserpfeilen. Hm. Nahrung, ja, können wir. Beim Rest. Ach komm. Können wir uns mal was. Okay. Okay. So, Ressourcen verkaufen. Aber ich glaube, da habe ich nichts, was ich erstmal loswerden möchte. Macht euch fort. Was denn? Ihr habt ja auch voll viel Geld gegeben. Jammer jetzt mal nicht so. Zeigt mir den Ungläubigen, damit ich ihm einen Bolzen verpassen kann. Gut, damit können wir dann hier wieder entlang. Ich denke, hier ist aber auch gerade relativ... Willkommen, dass ich dran vorbei, okay. Hallo, Ossl. Ja. Willkommen im Stream. Bin wieder gut in Köln angekommen. Ich muss schlafen. Wir können feiern, wenn wir diese Katakombe verlassen. Wie viele Männer hat sich die Dunkelheit geholt? 1, 2. 1, 2. Komm. Ganz ruhig. Du Vogel, du... Du brauchst hier gar nicht rumstressen. Du pennst aber auch schon wieder, okay? Du meinst... Ja, sowas um den Dreh. Gut, Wochenende war auch ziemlich heiß. Also sowohl... Saarland war allgemein ziemlich heiß gewesen. Ähm... Oder... Zumindest trocken. Heiß... Ja, heiß noch nicht mal unbedingt, aber trocken halt. Und, ähm... Ja, wie gesagt, jetzt vor dem Ende war es hier in Köln halt auch... 37 und 33 Grad. Aber das ging dann auch. Samstag war noch eine Geburtstagsfeier. Da konnte man mit den Temperaturen auch gut durchhalten. Ich werde krank. Das spüre ich. So, hier liegt nur noch ein bisschen Geld rum. Ja doch, sollte passen. Stimmt, ein Dokument fehlt noch. Hm. Gucken, ob wir da jetzt noch... Ähm... Erfolgreich sind. So müde. Okay, da ist direkt einer um die Ecke. Gut zu wissen. Hätte ich auch vorher mal gucken können eigentlich. Ich schleiche mal gerade unauffällig mit. Naja, ich glaube, ihr kriegt da doch ein bisschen zu viel mit gerade. Sollten wir dann mal ändern. Was kommt als nächstes? Hm. Haben mich gerade, bringt es was da hochzuklettern? Ich glaube nicht. Ich werde krank. Das spüre ich. Du bist der Nächste, Ungläubiger! Du bist der Nächste! Hm, eigentlich bist du der Nächste. Ich glaube, ausgeräubert hatten wir den ja schon. Dann mal vielen Dank. Da hinten geht's weiter. Hm. Hm. Okay, ist hier wieder gesichert? Nö, ist es nicht. Nur etwas lauter. Ich muss mehr schlafen. Wollen wir hier mal einigermaßen leise durchzukommen. Was jetzt etwas ungewöhnlich wäre, wenn jetzt jemand vorbeikommt. Erstmal hier Dings ausmachen sollen. So ist aber ja noch alles gut gegangen. Ey, ihr seht jetzt ein Pfeil. Wupp, wupp. Sehr schön. Obwohl es eigentlich auch rausgeschmissenes Geld ist. Weil ich ja eh nicht vor habe, hier Leute großartig zu erledigen. Sollte das passen, soweit. So, Mond, Mond, Mond. Hm. War ich jetzt hier schon oder noch nicht? Ich glaube, das war hier noch nicht. Okay, da sind wir dann doch zu nahe dran. Schade. Hm. Naja, wir sind in Richtung Rotunde. Ja, wie das wohl passiert ist. Und schnapp. Die Maschine des Barons ist zerstört. Die Götzen der Dämmerung sind stark. Hm. Das glaubt aber auch nur ihr, habe ich den Eindruck. Die Dämmerung naht. Wenn die Sonne erstrahlt, werden wir die Stadt neu errichten. Danke für das Zeug. Hier ist hier unten irgendwas Tolles. Ich glaube, da kam ich her. Wir sind von Ungläubigen umgeben. Nur der Gesalbte kann sie jetzt noch retten. Das war knapp. Ich muss den Ungläubigen finden, bevor er mich tötet. Hey, das habe ich gehört. Der Ungläubige. Hey. Der Ungläubige. Okay. Das war nicht effektiv. Erstmal, dass ich das so durchgezogen habe. Cool. Mir tut der Rücken weh. Ist das nie auf einmal so viel los? Komm. Okay. Das geht leider nicht so gut. So, dann. Das bitte weg. Das hat beim letzten Mal besser funktioniert. Vielleicht kann ich mich auch einfach so umhauen, wenn der Andrus jetzt weggedreht hat, ne? Zack. Und euch dann halt nach und nach ausschalten, würde ich sagen. Einer meiner Zähne wackelt. So, Nummer 1. Na, wo gehst du denn hin? Scheinbar nicht dahin, wo du mich sehen kannst. So. Hm, Fleisch. Gut, kriegen wir dich jetzt hier drin? Kriegen wir sogar. Cool. Na gut, wissen wir, sein Schaden hat es diesmal gekostet. Aber wir haben sie jetzt alle platt. Eigentlich wollte ich den Typ nur ablegen. Aber gut. Können wir machen. So, ihr hattet ja noch ein bisschen was an Geld. Lohnt sich sogar. Du auch. Ja. Und schon sind wir wieder reich. Wohl nicht wirklich. Das reiht die schnell wieder weg, das Geld. Hm. Was haben wir denn da Schönes? Wir haben ja wieder einen neuen Weg geschaffen. Wahrscheinlich müssen wir hier hoch. Die X-Gefäer sieht aber auch ganz schön aus. Muss man ja sagen. Genau da geht's weiter. Hm. Hm. Wo mag das denn so hinführen? Okay. Da brauchen wir dann einen Pfeil. Was soll uns noch... Ah ja, guck mal. Guter Fund. Geh erinnerung an einen Kreis. Gilbert, du sture Alter. Ich liebe dich. Mwah. So, dann jetzt aber mal. Äh, Seilpfeil bitte. Schauen wir doch mal da drüben, wo das hinführt. Scheiben wir nur ein alternativer Weg, da rüber zu kommen. Oder ist der einzige Weg, hier rüber zu kommen? Wer weiß. Ich brauche einen Plan. Und hier ist er. Reingehen und improvisieren. Hm. Beste Plan, den er jemals hatte, glaube ich. Garrett, du hast es halt schon drauf. So, dann können wir die Kasse noch ein wenig aufbessern. Danke, danke. Hm. Da wird uns nichts Übles hinter dem Tor erwarten. Na, wird schon werden. Heute zeigen wir Baron Northcrest, dass die Menschen die Lebensenergie dieser Stadt sind und beachtet werden müssen. Eure Schmerzen und Ängste sind bald vorbei. Freunde, heute ist ein guter Tag. Die Energie, die ich euch hier gebe, vertreibt jede Krankheit, die versucht, euch zu befallen. Sobald alle gesalbt sind, teilen wir dieses Geschenk mit der Welt. Jenseits dieser Küste. Ja. Dann schauen wir uns doch nochmal um hier. Fokus-Ding haben wir mehr als genug. Also, Mo in dem Fall, da. Na. Hm. Dankeschön. Mit diesen Jumpscares, wenn ich nicht aufpasse. Was wird das jetzt? Was wird das jetzt? Im Moment. Was wird das jetzt? Was wird das jetzt? Wie ist das? Was wird's sein? Ich bin genauer. Ja. Dann bin ich fertig. Ich bin sicher. Ich bin nicht nicht dran. Ich bin nicht. Das ist kunst du hier. Ich bin nicht alle Böcht. Was habt ihr getan? Ich brauche ihn! Wir brauchen ihn! Begreift doch, was ich hier zu tun versuche! Ihr müsst aufhören, Orion. Womit? Die Menschen zu beschützen? Ihnen ein besseres Leben zu geben? Ihr helft diesen Leuten nicht. Ihr verurteilt sie zum Tode. Sie fühlen sich jetzt gut, aber ihre Körper ertragen die Urkraft nicht. Nein! Der gehört mir. Der Rattenkönig! Räumtaschen aus, wie immer! Ich will dich seit langem hängen sehen, Meister Dieb. Ich brauche nicht mal einen Strick. Es wird mir eine Freude sein, dich mit bloßen Händen tot zu prügeln. Es wurde auch Zeit. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. So, entkommen wir aus Stellen? Weißt du, was du mit dem Baron gemeinsam hast? Du bist Geschichte! Erledigt! Ich gönne mir mal einen Wasserpfeil. Ich gebe dir die Chance zu kämpfen. Ich bitte dich, wenn du uns hier alles um die Ohren fliegt. Mal schauen. Steckst du dich da drüben, Ratte? Au! Wieso hat der mich jetzt gesehen? Ich war doch komplett im Dunkeln. Da hast du ja auf gut Glück jetzt hier rumgeballert. Vielleicht sollten wir ihn doch irgendwie ausschalten. Ich will dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Meistens töte ich, weil ich muss. Dann tot werde ich genießen. Ich finde dich, bevor uns hier alles um die Ohren fliegt. Ja, ja. Ach, pfff. Dreh dich doch nicht die ganze Zeit um. Bleib mal schön weg von mir. Wie komme ich denn an den ran? Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Weißt du, was du mit dem Baron gemeinsam hast? Das ist Geschichte. Erledigt. So, lass doch mal für ein bisschen Dunkelheit sorgen hier. Keine Ratte kann einem Köder lange widerstehen. Wer ist der Köder? Du? Weiß ja nicht. Hm? Ich bin dir durch den Kader war dieser Stadt gefolgt. Ich finde dich. Ja, stimmt. Der Ball hat echt auf gut Glück gerade. Ausschalten ist nicht, wie es aussieht. Was ist denn da jetzt los? Na gut, ich glaube, ich habe vorher nicht mehr... Hallo? Ich würde gerne da starten, wo ich gespeichert hatte. Das Ganze noch mal machen. Ich bin jetzt so oft gestorben oder so. So, dann noch mal hier rüber. Einmal vorbeilassen, bitte. So, ich bin jetzt so oft. So, danke. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Achso, warte mal. Ah, lass uns doch mal hier ein bisschen Dings machen. Wo sehe ich den Torso und drücke... Ah, aha. Nein, das war ja... Optimal gut, Kollege. Das ist jetzt hier richtig gut gemacht hier. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. So, das haben wir jetzt aber, oder? Ne, haben wir nicht. So, speichern wir hier ab. Schalten jetzt mal hier nach und nach das Zeug aus. Ich weiß, was du vorhast. Meister Dieb, sehr gut sogar. Bist du dir sicher? Denkst du, ich weiß nicht, wo du steckst? Hm? Oh, versuchen wir es nochmal. Zeig mir, dass du ein Mann bist. Ich wusste, du hast es nicht in dir. Und jetzt? Worauf wartest du noch? Ich wusste, du hast es nicht in dir. Und jetzt? Worauf wartest du noch? Ich wusste, du hast es nicht in dir. Der Bernstein-Granz. Der goldene Riege verziert mit zahlreichen Bernsteinen. Okay, dankeschön. Zeig mir, dass du ein Mann bist. Ich wusste, du hast es nicht in dir. Warum? Warum schlägst du denn jetzt wieder nicht zu? Wieso klappt denn das Spiel nicht so, wie ich mir das vorstelle die ganze Zeit hier? So, ich meine, das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. Unsere kleine Jagd wird bald vorbei sein. So, noch ein wenig Wasserpfeile. Danke. Nein. Jetzt. Theoretisch reicht ja auch das, oder? Das ist keine Strafe. Einfach verschwinden. Das kannst du, was? Ich gebe dir die Chance zu kämpfen. Was meinst du, Garrett? Hm, kriegen wir schon hin. Au! Hm, ich glaube, wir sollen dich doch erledigen, oder? Nee, ich hau dich um. Hier ist das hier alles zu nervig. Das ist mir echt zu blöd. So, es würde so viel einfacher gehen, wenn ich wirklich frei speichern könnte und ich den ganzen Mist hier neu machen, jedes Mal. Oder das heißt, neu wiederholen müsste. Ich rieche den Gestank deiner Seele, Dieb. Oh, du bekommst... Danke. Das war dein letzter Fehler, feigling. Zeig mir, dass du ein Mann bist. Ich wusste, du hast es nicht in dir. Suck. Jetzt. Ruvartest du noch? Ich wusste, du hast es nicht in dir. Aua. Zack. Ruvartest du noch? Das war dein letzter Fehler, feigling. Zack. Bitte schön. Ruvartest du noch? Das war dein letzter Fehler, feigling. Bitte schön. Ruvartest du noch? Das war dein letzter Fehler, feigling. Und dann habe ich wieder nicht genug Fokus. Wieso funktioniert das denn überhaupt nicht? Meine Herren. Bosskämpfe. Ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. Ich habe dem General eine Lektion erteilt. Ich verdrückte mich lieber. So, erst mal den Fokus aufladen. Speichern. Achso, speichern ist nicht. Muss ich erst nochmal alles wieder neu machen. So, jetzt. Ja, versuchen wir es nochmal. Zeig mir, dass du ein Mann bist. Ich wusste, du hast es nicht in dir. Mal zwei. Und jetzt. Ruvartest du noch? Das war dein letzter Fehler, feigling. Und jetzt. Ruvartest du noch? Ich wusste, du hast es nicht in dir. So. Ich wusste, du hast es nicht in dir. Und jetzt. Ruvartest du noch? Das war dein letzter Fehler, feigling. Du bekommst deine Strafe. Egal, wohin du läufst. Na. Versuchen wir es nochmal. Also das funktioniert absolut beschissen. Es funktioniert kein Stück. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. Oder ich verdrücke mich lieber. Zögerst dein Ende nur hinaus, Garrett. Ja, ja. Ich gebe dir die Chance zu kämpfen. Was meinst du, Garrett? Was hältst du davon? Was hältst du davon? Schön, jetzt bin ich, man. Ich töte Menschen grundsätzlich nur, wenn ich muss. Im Gegensatz zu jemand anderem. Ich folge keinen Regeln. Oder? Ach, warte, wenn wir uns das entscheiden können. Ob wir ihn töten oder nicht. Ach Gott. Gib mir bitte freie Speicher ins Spiel. Das ist doch zum Kotzen. Mann, 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 Mann. Heute zeigen wir Baron Norden. Also, auf. Ein Neues. Was das wieder an Zeit kostet hier. Warte, wie geht das jetzt schneller? Immerhin etwas. So. Dann komm. Ich könnte dem General eine Lektion erteilen. So. Den Kampf bitte. Obwohl, ja doch, komm. Oder ich verdrückte mich lieber. So. Wasserfall. Die Stadt braucht dich nicht mehr, Garrett. Schön. Jetzt bin ich. Jetzt bin ich dran. Warum gibst du dich auf? Naja. Wenn sieht es halt doch deutlich besser für mich aus, als für dich, ne? Gehst du langsam wirklich auf die Nerven? Du weißt gar nicht, wie sehr du mir auf die Nerven gehst, Kollege. Ich glaube, du hast da absolut keine Ahnung. Ich will dich erst mal kurz erledigen. So. Erledige ihn. Vielleicht lassen wir ihn doch am liebsten. Sind wir doch mal in der Nettigard. Ja, wir haben die ganze Zeit auch niemanden umgebracht und so. Von daher. Ja. Ich würde gerne so ne Fokusblumen nehmen, aber scheinbar geht das nicht. So, dann bitte mal das ganze Zeug hier. Danke schön. Und dann war es das jetzt. Nehmen wir es nämlich mal nicht persönlich im Gegensatz zu dir. Ne? So. Komm, gib mir das letzte Stück noch. Sein braves Stück, danke. So, dann hat das doch funktioniert, ähm, ich befürchte ich habe tatsächlich ein, naja, wahrscheinlich ein Dings vergessen, aber tatsächlich ein, ähm, ein Zettel oder so. Sie waren hier, als ich mit dem Generalzugange war. Das ist Meeresluft. Der Ausgang muss nahe sein. Hm. Dann schauen wir doch mal. Was fehlt jetzt noch? Drei Stück. Mal Kastinets. Die zwei vom Hof, okay. Dann lass uns doch mal schauen. Noch ein Armband. Ist ja nett. Ich bin nicht allein hier. Das hat man gehört. So, jetzt mal so ein Blümchen reinhauen. War das dann aber auch mal erledigt? Nein. Ich glaube, du kommst die ganze Zeit an der Tür rum. Kann das sein? Jupp. Möchte ich mal spielen kommen? Nee, die. Oder? Kriegen wir die hier irgendwie weg, den Kollegen? Ich weiß ja auch nicht. Komm, es war echt hier gefährlich nahe. Allerdings kommen wir auch hier dran vorbei, sehe ich gerade. Cool, cool, cool. Stimmt, ausschalten ist ja bei euch nicht. Also zumindest nicht mit dem Knüppel. Hm, wie kriegen wir euch denn sonst weg? Oh, hi. Da hatte ich gespeichert, okay. Okay. Hm. Hm. so das Fokus Ding machen vielleicht kriege ich es jetzt ja mal hin so nehmen wir ein wenig Loot mit aber ich glaube wir müssen nicht echt ausschalten oder? kann das sein okay Na du? Ja, es sind ja eh nur Viecher. Das passt ja. Ich meine, die kann man auch einigermaßen zerlegen hier.